so ich brauche rotoren auf jeden fall und kabel ich musste hier drei haben ich will den traktor und das ganze zeug das will ich alles haben das können wir alles darüber bauen ich brauche viel mehr platz hier rotoren ich habe nicht das mitgenommen was ich mitnehmen wollte okay so hier haben wir drangebaut zack zack so jetzt aber jetzt kann man das ganze bauen jetzt dürfte es kein problem sein um hier völlig durchzudrehen so ich brauche jetzt erstmal noch selber alles ja auch die produktion natürlich ein bisschen dauert bis hier ähm meine container auch mal ein bisschen gefüllt sind so rotoren haben wir brauche ich jetzt noch kabel kabel können wir auch gleich noch eine produktionsstätte laufen lassen eigentlich ne ja machen wir auch gleich da stellen wir gleich nochmal kabel her brauche ich denn da hoch 152 152 jahr also wir bauen als nächstes auf jeden fall noch eine produktionsstätte für kabel damit wir hier nicht die ganze Zeit dastehen sondern wirklich alles so gut wie möglich schon mal automatisieren weil ich denke das wird natürlich deutlich mehr werden in nächster Zeit was wir hier brauchen ach kacke zack und tschüss milestone unlocked milestone reached long range transportation as well as the construction of outposts is now encouraged outposts cool kohle kann ich automatisieren nice splitter ja komme ich mit dem da hoch ja komme ich hoch laufe ich aber dagegen macht nix zack rein da so kann es weiterfahren ok also kohle können wir automatisieren das wusste ich nicht ja das heißt aber wir werden wahrscheinlich ein mk2 brauchen für die kohle schätze ich mal ne aber ich habe noch kein kohlevorkommen gefunden ich habe bloß so lose kohle gefunden hm verrückt hm wo stelle ich denn jetzt das kabelzeug hin ach hätte ich gar nicht gebraucht hier den verteiler guck mal hier kommen ja auch welche oder ist das ein zusammen ne der fügt zusammen und er teilt glaube ich ok pass auf ich brauche den constructor kabel power line ach miss jetzt habe ich wieder keine doch ich hier noch stelle ich hier noch eine hin okidok okidok ähm storage container was warum kann ich den nicht bauen jetzt ich werde mir nie im leben merken können was hier in welchem container ist oh mein gott oh mein gott ok also vehicle kann ich und traktor ok was kann der truck station ah so kann ich die dinger fahren lassen oder ok das müssen wir ausprobieren truck station was bau ich zehnmal dieses ding fünfmal rotoren kabel habe ich ohne ende krass das muss ich mir anschauen ob das so läuft so was brauche ich denn modular frame zehnmal eins eins zwei drei vier fünf sechs sieben ach neun zehn fünf rotoren bocht ne scheiß wieder ah screws ey man zwei drei vier fünf 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 so schon können wir bauen wo stelle ich das ding hin stelle ich den da hinten hin ich glaube schon war wir testen den uns einfach mal hier muss ich den wie wie sieht das ding aus so ok wenn ich den ach fuck aber wenn ich den so hallo den so hier hin stelle warum ist denn der so weit verschoben jetzt geh doch mal da hoch und wenn ich den so ne das geht nicht dann muss ich den so hier hin stellen ja das dürfte gehen ok was tut das kann ich den konfigurieren fuel was könnte da rein er hier ah tatsächlich ok ähm ah so kann ich den ah da muss ich nicht immer Förderbänder bauen ja aber ich brauche Strom na gut aber Strom brauche ich ja so oder so ne ok mein Gott ok das ist ganz schön verrückt das muss ich mich jetzt da muss ich jetzt erstmal gucken ne wie kann ich denn jetzt hier so ein Vehikel bauen Traktor 2x 10x Rotor ah alles klar ok ähm ok hier wird schon fleißig gebaut oh yesy baby so oh kein fuel mehr natürlich schlecht ich brauche ich brauche viel mehr Biomasse ey na alter alter okay dann kann ich das ja doch wieder zurücklegen so ey 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 ok jetzt wird schon langsam unübersichtlich ich hab das ja gut für das erste Mal ich spiele das spiel doch das erste Mal muss man sagen ne da natürlich hier 22 und 10 das erste Mal also 10 Mal ähm gut da kann man natürlich auch nicht wissen wie die Spielemechanik so ganz läuft läuft. Dementsprechend passt das schon so. 5 von diesen komischen Stäben brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann baue ich mal das Ding da unten hin. Achso, Fuel brauche ich noch. Ei, 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 ei. Kohlegenerator. Es fängt an, um Elektrizität zu erzeugen. Wie ein Input, um Kohle zu erzeugen, kann automatisch sein. Okay, aber wo? Okay, pass mal auf. Jetzt baue ich erstmal... So bist du, wo ich den hinschne. Zack. Ach, den kann ich fahren auch? Äh, wie steige ich denn wieder ab von dem Ding? Aha, okay. So, 2 driver. Workbench. Oh, den kann ich bauen an dem Ding? Wow. Ist ja geil. Drive, drive, drive. Ja. Das haben wir mal aufgetankt, ne? Das ging ja... Ging ja schnell. Okay. Okay. Ja. Dann machen wir es jetzt ganz einfach. Mal egal, was er bringt. Bauen wir uns hier in einen... ...Ping rein. In den Container rein. Ach. Kann er nämlich auch bringen, was er will. Weil es wüscht ist. ist, deutsch. So. Also egal, was hier gebracht wird. Es geht hier rein. Läuft. Es kommt hier rein eigentlich. Ah, okay. Ich bräuchte... Man bräuchte noch so eine Maschine, die automatisch dann ausklarbustert. Was er denn so bringt, ne? Automatisch aussortiert. Ja, cool. So, dann muss ich jetzt hier nochmal umbauen. Ei, 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 ei. Okay. Also ich brauche mehr Biomass, äh, Biofuel. So, Kohle müssen wir noch finden. Kohle, Kohle. Concrete, glaube ich, sind wir auch voll mittlerweile. So, wie schaut's hier aus? Ist voll, ne? Ja, ist voll. Okay, dann machen wir jetzt folgendes. Organisation. Oh, kann ich den hier gar nicht rumziehen? Warum nicht? Burst du steep? Geht nicht. Geht nur noch, geht's noch da? Nach da geht's. Ah, echt jetzt? Okay, ja, dann ziehe ich den jetzt noch hier. Mein Gott, sieht das beschissen aus wieder. Ich mach's mal so. Weiß grad nicht, warum ich das mach, aber... Geht auch nicht. Warum denn nicht? Das geht auch nicht. Himmel nervst du mich, ey. Alter, ey. Ohne Scheiß. Das sieht schon wieder aus wie... ...fressen uns auf hier. Warum geht denn das nicht? Hä? Warum? Warum geht das jetzt nicht? Braust mich doch hier, ey. Alter, leck mich am Arsch. Eh? Stopp. навü положiert sich. Also... ... Vielen Dank.